Informationen haben sie. Aktivität fehlt. Hier zumindest. Was hier? Gefühlen Getränke? Ah, es sind die Laboranten. Ich könnte Tage in meinem Labor verbringen, aber ein Fenster wäre trotzdem nicht. Ja, ich muss die Steuern nach unten machen, sonst steigen die nicht auf, glaube ich. Ich habe jetzt so viele Häuser gebaut, die haben doch alles hier. Aktivität fehlt hier. Aktivität. Okay, dann baue ich mal fix noch erstmal ein Dingsbums-Konzert. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Wat? Schiffs-ETF wurde zerstört. Welches sind das, waren das für ein Schiff? Das war jetzt nicht mal ein Handelsschiff, oder? Oh, bitte nicht. Oh, jetzt langsam nervt er aber doch ein bisschen. Ah, es war wahrscheinlich, ich glaube, eins so ein Hover, der da eins in Rumrischform ist, schätze ich mal. Also schicken wir mal wieder hoch zum Reparieren. Die schicken wir mal hier hin. So. Okay, also mal ganz ruhig. Ich muss jetzt mal überlegen, dass ich das... Wie herrlich hier. Das Leben kann so schön sein. Das hier ab den Spaß, baue da erstmal so ein Konzert-Ding hin. Das müsste jetzt passen, ne? Sehr gut. So, dass die auch mal noch, äh... Hier zumindest Aktivität haben. Toh, die haben trotzdem keinen, aber... Boah, so kacke hab ich das jetzt gebaut. Wirklich. Hier wollte ich's gar nicht haben. Oder? Wollte ich's ja haben. Also hier wär besser gewesen, weiter rechts. Mach ich jetzt auch nochmal. Kann ich das nicht hier hinbauen? Aber hier gibt's eine Straße lang. Das ist ja doof. Sieht auch noch hässlich aus. So, jetzt. So, jetzt haben die das. Ist das nicht herrlich hier? Das Leben kann so schön sein. Auf jeden Fall. Super. Äh... Die Bauauflagen können einen schon zur Verzweiflung. Ja, 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 ja. Aber jetzt, guck mal, Wohnhaus aufgestiegen. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen. Aber ich bin trotzdem gemerkt, die Steuern wieder ein bisschen zu senken. Ganz ehrlich. Haben denn hier irgendwo, äh, die, die Ingenieure... Boah, die Mucke, alter. Ja, die haben doch alles. Ja, die haben keine Mitbestimmung. Ja, ich mach die Steuern mal runter, Testweise. Ich bin der Meinung, dass ich das eigentlich auch so erreichen soll. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg, hier ein kleines Paradies zu schaffen. Oh, minus 1000 machen wir dann. Das ist ja übel. Mal gucken, ob es jetzt vielleicht dann schneller geht. Ich beobachte sie mal einfach mal kurz. Warnung. Verschuldung erreicht. Ja, ja, ja. Ist das alles im grünen Bereich jetzt? Laboranten. Ja, die sind erstmal egal. So, ich mach mal so. Gucken wir mal. 1.300. 1.360. 1.400. 1.400. So, hätten wir. Jetzt kann es weitergehen. Richtig nice. Jetzt können wir die Steuern wieder erhöhen eigentlich. Lars muss ja erstmal fix aufsteigen, soweit es geht. Ich würd's ja fast sagen. Boah, die Musik macht mich grad gacker. Können wir auf den Händler einfach klicken. Damit die schöne Musik losgeht von dem. Geht nicht. Ist ja irgendwo noch Piraten. Warnung. Produktion gestoppt. Ja, 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 ja. So, ähm, was wollte ich denn eigentlich machen dann so? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich denn noch machen wollte. Ganz ehrlich. Haben die denn jetzt, ähm, einen leichten Vorrat schon an diesen Service teilen? Wahrscheinlich nicht, ne? Vier Tonnen. Ja. Was ist denn unser Handelsschiff? Das hat grad alles abgegeben. Da haben wir nur vier Tonnen. Nee. Doch. Also gerade eben fast. Ja, das ist ungünstig. Das ist halt echt zu wenig, was die hier machen. Arbeiten aber volle Pulle. Also, muss ich wahrscheinlich noch mehr von den Bauern, von den Produktionsgebäuden. Kann ich nochmal gucken. Mais haben wir viel zu viel. 50 Tonnen. Und Algen haben wir auch viel zu viel. Äh. Okay. Wir brauchen ja noch was anderes hier. Das braucht man noch. Mikrochips. Machen wir denn genug Eisen? Also Sand haben wir auch zu viel. Und dann Kupfer war es noch. Guck mal. Sand und Kupfer. Das ist Kohle. Sand Max. Kupfer Max. Yo. Wir brauchen mehr Produktionsgebäude. Darum geht's. Ich gucke nochmal nach Chips. Mikrochips auch Maximum. Und die Teile hier. Biopolymer, wie die heißen. 20 Tonnen. Lager 40. Verschlechterung der Ökobilanz. So. Also da bauen wir erstmal noch. Äh. Zwei Gebäude. Die. Da bauen wir eins, das Biopolymer noch herstellt. Ich weiß jetzt leider gar nicht wie das Verhältnis ist. Ich baue erstmal. Ich baue einfach zwei solche Robotikern. Genau. Gut das. Werde dann sehen wo Mangel ist. Ich habe halt bei manchen Sachen totalen Überschuss und bei manchen. Energieversorgung mangelhaft. Viel zu wenig. Ah, das geht mir erstmal auf den Kranz hier. Ja, da muss ich jetzt hier mal noch einen neuen Hafen bauen. Geht nicht anders. Brauchst du einen Hafen? Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Ich glaube, ne. Aber wir brauchen schon wieder Werkzeug. Ich meine, das ist wirklich ernst. Sieht so aus mit den Bauzellen. Also langsam nervt mich, dass ich hier immer zu wenig hab. Aber was geil ist, dass das hier weiter geht. Und vor allem, wir haben auch genug Glas, das ist spitze. Habe ich die Steuern, habe ich schon wieder erhöht, ne? Ah, das geht ganz so. Ne. Ne, habe ich nicht erhöht. Wir haben bloß 200, das ist richtig cool. So, ähm, brauchen wir das Handelsschiff wieder. Erstmal das hier und schicken das mal wieder hoch. Ich kümmere die alle mal da hin. So, mal zu reparieren. So, und hier haben wir uns Handelsschiff. So. Okay, also, Baumaterialien brauchen wir ja nicht wirklich. Wir brauchen Werkzeug. Ah, das ist immer so wenig. Ah, dann wird halt der Bau gestoppt. Ne, ich mach trotzdem mal 40 jetzt. Enthilfe gebrauchen. Also schwing die Hufe. Klaas braucht man noch. Na, ich kümmere mich gleich drum. Klaas, 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 Klaas. Ach, Mann. Klaas haben wir eh genug So Machen wir gleich noch Holz, 50 Tonnen Passt schon So Und Holz So Komm mal mit die Runde Ja das fängt jetzt auch an zu arbeiten Jetzt müssen die noch die Rohstoffe liefern Ich glaube die sind ja auch langsam wahrscheinlich ein bisschen überfordert Ich könnte mal upgraden Jetzt nochmal oder? Sehr gut Damit wir dann ein paar mehr Transporter haben Und jetzt auch schneller beliefern können Und ich sehe gerade hier Wie ich meister Habe es nicht geschafft Zu verbinden miteinander So steigen die jetzt auf hier eigentlich die Forschungstypen? Wo haben wir das? Hier dachte ich ne Die haben da alles Kannst du aufsteigen ne Da brauchen wir dann noch mehr Damit die aufsteigen können Nach logischen Gesichtspunkten Sollten Sie diese Aufgabe Übernehmen 8 Tonnen Funktion Trinks Okay Ja machen wir mal Ist hier oben ne Oder? Ja sehr gut So die werden wir auch gleich lösen Energieknappheit Achja das war ja das Äh ist das Schiff da? Sehr gut So Okay also Äh Müssen wir so ein Hafendings erstmal bauen Oder reicht ja mir da so ein Warentepot bauen Ich glaube wir brauchen Hafendings damit wir ein Wasser bauen können Äh So Frachtlager Nein Nein Was 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 Ach Munition Ich dachte schon wieder Hafendbehörde brauchen wir Okay ähm Den besten Strand wo ein bisschen Ja machen wir hier einfach oder Vielleicht nehmen wir doch nochmal um an die Insel hier oben ein Also die hier Könnt Hilfe gebrauchen Also schwing die Hufe Hm Ja bauen wir es hier hin einfach Ja 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 So was soll ich jetzt machen Boah was hier an U-Boden rumschwören Das ist umfassbar Registriere demografische Veränderungen Wissen ist Macht Huch Äh ich glaube das ist schief mit war dass wir jetzt Forscher bekommen haben Kann doch mal gucken Ja sechs Forscher haben wir Das ist bemerkenswert Okay Cool Forscherapartment haben wir jetzt Quasi also wir haben jetzt Forscher drin in der Stadt So bringen sie die Lieferungen zum bereitgestellten Fahrzeug Ohne dass Scanner in Einheiten sie entdecken Wat Was ist denn das Hier hin Ah ok Was ist das Schiff hat denn das Hier haben wir es Ne das hier Ok Ok da muss jetzt hier durchkommen mit dem Schiff ohne dass die Dinger nicht mehr entdecken Also ohne dass ich mit diesen Radius komme Ah da sind die Hover ja eigentlich ziemlich perfekt dafür So jetzt hier schnell lang Achtung Produktionsstillstand Äh äh ähm Muss ich denn jetzt hin Komm mal schnell durch Und jetzt muss ich Hier hin Ne da hin Ok Wo ist mein Schiff jetzt hin Da Kann ich nicht erstmal hier außen rum machen Ist ja eine lustige Mini-Quest So schnell durch Wenn du nicht Gas gibst platzt unser Deal So das hat man Und jetzt Ich bin schon ein bisschen Sehe ich nicht durch wo ich jetzt noch Äh Soll ich hier hin Ok Wollen wir es erstmal hier her Tja ist gerade ein bisschen auf gut Glück was ich hier mache Aber es hat funktioniert Ist schon mal gut Ha Jetzt ist eigentlich so aus mit dem Teil hier Ich will es jetzt nicht anklicken Weil Das macht die vier So Kehrt mal So wie sieht denn die Forschungsgebäude aus Soll ich mich interessieren Und diese Forschergebäude Hier sind sie Sie bleiben doch an der Sache dran oder Hier oder Ne Laboranten Ingenieurapartement Äh Erhalte Informationen über Krebsausbruch zwischen Nachbarn Hier Forscherapartment Ja Hau mich jetzt nicht so vom Hacker Nach ökologischen Gesichtspunkten geplant Sehr vorbildlich So machen wir mal hier die Quersner zu Ende Schlimmer als ein Manke So hätten wir es jetzt Haben wir okay Stellen sie folgende Waren in ihrem Konto In Sonata zur Verfügung Acht Tonnen Funktionsdrinks Ja haben die das noch nicht Wundert mich aber So ein Piratenschiff Hier So Äh Verstehe ich gerade nicht Spiel gespeichert Ich hätte eigentlich gedacht Dass wir da Genug haben Sechs Tonnen Sieben Tonnen Eine Tonne fehlt noch Wo müssen wir das Das wird Sie scheinen auf alles vorbereitet Ja das wird aber jetzt wahrscheinlich bald mal da sein Oder schätze ich zumindest mal Wie sieht es mit dem Rest aus Äh Funktioniertes Essen haben sie genug Ja okay Ich tue viel zu viel Soll ich das Äh Viel zu viel Von dem Koffein herstellen Aber egal Wie gesagt Nur was kann ich immer noch verkaufen